Musik Also von den Besuchern her ist es sicher ein sehr guter Besuch gewesen, gestern. Wir hatten deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren. Mit dem Fokusthema, das wir gewählt haben, sollen vor allem unsere Aussteller dazu sensibilisiert werden, dass sie im Bereich der Digitalisierung aufzeigen können, was in der Branche alles möglich ist. Wir sagen selber auch, es ist eine riesige Chance für unsere Branche, sich dort weiterzuentwickeln. Musik Für uns ist die Gebäudeautomation eine riesige Chance für die ganze Industrie. In unserer Perspektive werden die Elektroplaner und die Elektroinstallatoren grundsätzlich profitieren von der Know-how, die durch die Jahre aufgebaut haben. Und mit den neuen Produkten, die connected sind, eigentlich diese Know-how multiplizieren, können mehr Wert aufbauen in der Sinne der Kunden und in der Sinne von seinen eigenen Unternehmen. Wir arbeiten auch sehr konsequent im Energy Management mit unserem System Klario und Wiser Energy, die auch eine gesamte Lösung bedeutet für die Kunden. Grundsätzlich eine Lösung, die andere Leute, die mit Solaranlagen und Elektromobilität heute arbeiten werden, im Bereich Einfamilienhäuser oder im Bereich Mehrfamilienhäuser auch. Ich glaube, das sind die ersten Schritte, die wir in diese Richtung geben. Und werden wir selbstverständlich die Entwicklung der Lossungen und der Interoperabilität der Lossungen intensivieren. Das ist unser Ziel in den nächsten zwei, drei Jahren. Vielen Dank. Heim-Netzwerk sind absolut essentiell für eine sichere, schnelle und zuverlässige Kommunikation für Smart Homes. Das ist unser Ziel in den nächsten drei Jahren.